So, Aufnahme läuft, Aufnahme läuft, Aufnahme läuft, ja, Aufnahme läuft. Ja, so, da sind wir wieder da, in einer neuen Aufnahme-Session, am Sonntagabend um kurz vor neun. Warum auch nicht? Draußen wird es langsam dunkler, wobei dunkel wird es ja momentan sowieso nicht so richtig. Sommersonnenwende war ja jetzt gerade erst, das heißt irgendwie längster Tag, kürzeste Nacht, gestern Nacht irgendwie mal rausgeguckt, nach draußen irgendwie oben aus dem Dachfenster. Um, was war das, halb drei oder was, kurz nach zwei oder sowas und am Horizont hat man dann so ein bisschen schon oder noch die Sonne gesehen, einen leichten Sonnenschein. Finde ich ja immer sehr geil, also wenn ihr die Möglichkeit habt und es ist klar, guckt mal nachts aus dem Fenster und ihr wohnt im Norden so ein bisschen, das hat schon was. Gut, wir wollen mal ein bisschen spielen. Aufnahme läuft, ja, Aufnahme läuft. Gut, wir laufen mal eben ganz kurz hier rüber. Wir wollten mir eben kurz mal was abzählen, schon mal vorbereiten und danach machen wir dann eine kleine Höhlen-Tour, weil wir ein bisschen Material brauchen. Aber wir wollen ja unseren Turm hier irgendwie mal hinstellen irgendwann. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen Material. Ich habe das nämlich schon mal abgezählt. Also, wie weit wir hoch müssen. Der Turm wird hier auf der Höhe stehen. Mal gucken, ob ich den hier hinten irgendwo hinstelle oder so. Es ist ja erstmal egal. Es geht um die Höhe. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Wir gehen mal auf Nummer sicher, machen wir ein bisschen höher. Also, auf der Höhe wird das Dach von dem Turm sein. Den Turm selbst habe ich schon mal ein bisschen geplant, in einer Testfelder ein bisschen gebaut. Und, ja, das geht. Also, da kommt dann hier irgendwie hin, der Turm, mit dem entsprechenden Design oben dann eben auf dem Dach von dem Turm, dreimal drei, irgendwie für die Solarzellen. Alles andere wird dann nach unten gebaut und läuft dann eben unterirdisch. Aber das wäre dann die Höhe, auf der der Turm stehen wird. Von der Breite her, da hatten wir, lass mich lügen. Das würde die Breite sein, quadratisch sein. Also, das heißt irgendwie, die fünf, die würde auch hier eins, zwei, drei, vier, fünf. Also, das wird letztendlich die, ja, die Fläche von dem Turm sein, unten. Der wird nach oben nicht schmaler, aber der wird oben halt eben ein Dach von dreimal drei haben. Nachher, das passt dann schon. Wahrscheinlich können wir sogar noch wieder eins runtergehen. Aber das wird so ungefähr die, das wird ungefähr das Ausmaß sein. Sieht jetzt natürlich noch so ein bisschen groß aus, aber wenn dann rundherum Bäume stehen, geht das dann schon wieder. Und dann schlängelt sich schon ein kleiner Weg irgendwie zu dem Turm. Hier dann die Eingangstür, Eingangsturbogen. Dann kommt man dann hoch zu der ganzen Elektrik, beziehungsweise zu den Solarzellen. Wenn der Strom läuft dann hier hinten irgendwie runter, unterirdisch dann eben in den Stromraum. Und damit das auch alles funktioniert, warum wachsen eigentlich diese Bäume hier nicht? Damit das auch alles funktioniert, müssen wir mal gucken, dass wir so ein bisschen Höhlentour unternehmen, weil wir ein bisschen Material brauchen. Das heißt, wir gehen einmal eben nach Hause. Dann bereiten wir uns ein kleines bisschen vor. Und dann können wir auch irgendwann hier mal den Kohlenstaub zurückzahlen. So, erst einmal die Erde, die kommt hier wieder mit dazu. Brauchen wir ja nicht. Dann kommt das ganze Steinzeug. Wild durcheinander sortiert, kommt dann da auch mit zu. Die Treppen haben wir ja gesagt, die zählen wir zu den Möbeln. Ah, der Cobblestone. Sand und Glas und hast du nicht gesehen. Hier ist noch ein bisschen Kies. Auch Steinzeug. Warum habe ich eigentlich Truhen dabei? Dann sortieren wir hier. Das brauchen wir, das brauchen wir. Wo habe ich eigentlich den Eimer? Den habe ich doch in irgendeine Kiste getan, oder? Den will ich natürlich auch weiterhin benutzen, den Eimer. Das heißt, wir gucken mal, ob der hier irgendwo rumliegt. Guck mal, hier ist der Eimer. So. Eimer muss sein. Das muss sein. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Hacke. Kartoffeln. Guck mal, jetzt geht sie sofort auf, ne? Merkwürdig. Sehr merkwürdig. So. Ich glaube, hier kreuz und quer irgendwie durch die Gegend, meine Güte. So, die Kartoffeln können wir dann währenddessen mal ein bisschen brennen lassen. Dann können wir hier mal gucken, was wir da noch so an Zeug wegtun können und was wir brauchen. Und hast du nicht gesehen. So, der Schraubendreher. Guck mal, wir haben jetzt schon ein paar Schraubendreher. Meine Güte. Das kommt davon, wenn man sich immer einen macht. Und hier werden auch noch Kartoffeln. Das ist doch schon mal sehr schön. Hammer brauchen wir nicht. Schaufeln müssten reichen. Axt brauchen wir nicht. So. Dann nehmen wir mit ein bisschen Holz für Werkzeug machen. Für den Fall, dass es notwendig wäre, natürlich. Ähm. Gucken wir gleich. Machen wir noch irgendwo Kohle. Wobei Kohle kann man uns im Zweifelsfall ja auch irgendwie selber dann irgendwie holen. Ähm. Was ich auf jeden Fall machen werde. Na. Der, der, der. Eine Travelnetbox. Ich werde eine Travelnetbox mitnehmen. Ähm. Da kann man nämlich schnell mal zurückgehen, ein paar Sachen ablegen und dann weitermachen, wo wir aufgehört haben. Es sieht tatsächlich das Interface immer noch komisch aus, aber es sieht besser aus als vor ein paar Aufnahme-Sessions. Auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen Mese machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und da, 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 da. Eine Spitzhacke und da, 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 da. Noch eine Spitzhacke. Schauen wir mal. Hier hätten wir auch noch ein paar Stöcke. Ähm. So. Da, da, da. So. Na. Da. Da. Und vielleicht finden wir ja sogar so ein paar Mese-Kristalle. Dann können wir hier wieder ein bisschen Nachschub machen. Irgendwie. Also langsam. Das ist zwar noch gut was da, aber so langsam geht es natürlich dann irgendwie zu Ende. Ähm. Wir brauchen noch, äh. Es ist eindeutig zu warm. Ich muss ja hier immer alles fenstermäßig zumachen, weil laut und so. Ähm. Selbst auf dem Sonntag. Naja. Wenn man an der Hauptstraße wohnt, wohnt man gewöhnt sich dran. So. Hups. Das, das wollte ich natürlich nicht wegschmeißen. Na. Wir gehen mal hier direkt an die Wasserquelle und dann geht der Schmeiß 14 Mal jetzt hier irgendwie, naja. Hier mal zack. 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 Wie gesagt, ich bleib dabei. Das ging mal. Ich kann mich dran erinnern, dass das mal mit dem Eimer schneller ging. Oh. Also so. So. Rein. Shift-Klick raus. Einmal Shift-Klick raus. Auffüllen. Shift-Klick rein. Shift-Klick raus. Naja. Jetzt müssen wir es manuell machen. Total spannend. Naja gut. Es gehört dazu, wenn man eine Höhlentour machen will, muss man sich vorbereiten. Das ist halt einfach so. Ich hoffe nur, wir haben genug Eisen, dass wir noch ein paar Pressformen machen können. Sonst haben wir gleich ein Problem. Na. Schauen wir mal. So. Sonst nehmen wir das mit. Und wenn wir dann Eisen finden, dann machen wir uns in der Höhle schnell ein bisschen was. Das ist ja auch kein Problem. Meine Spitzhacke. Wir haben ja Spitzhacken da. So ist das ja auch nicht. So. Gucken wir doch mal. Eisen Popeisen. Hier nicht. Nein. Das heißt, drüben wahrscheinlich auch nicht mehr. Naja. Die Kattelfeln. Die brennen immer noch gut vor sich hin. Ach, die Kohle ist bald alle Minute. Der Turm, das wird aber schon ein großes Gebäude. Naja. Schauen wir mal, was hier noch so drin ist. Naja. 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 Wieso ist denn hier noch ein Eimer? Ach, hier wäre auch noch... Wir werden jetzt mal drüber. Den einen Stock, den nehmen wir auch mal mit. Ja, das heißt, wir machen uns dann... Ops. Wir machen uns dann das Mese on the fly, wenn wir in der Hülle sind. Ist ja alles kein Problem. Mal eben hier ganz kurz. Die Boxen waren noch an. Wäre doof gewesen. Gut, der Restton funktioniert aber. So. Das kommt hier hin. Das Zeug, das kommt hier rein. Den haben wir ja doch noch genug. Trotzdem, so. Mese haben ist immer gut. Die Travelnet Box, da brauchen wir sechsmal Glas für. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das brauchten wir da noch für. Gut. Eisen haben wir nicht. Meseblock haben wir nicht. Aber gut. Wir nehmen das mal mit. Und ein Craft-Ding. Ja, ich hoffe, ich kann mir das merken. So. Machen wir uns eben kurz eins, ne? Wie ging das? Das ging mit Kohlenstaub, ne? Oder wir machen sonst so ein Buch. Ja, komm, wir machen uns ein Buch. Das heißt, ich brauche Papier. Papier ist doch bestimmt hier irgendwie beim Opo-Kram mit bei. Ne, warte, Papier an sich kommt hier ins Technik-Ding mit rein. Na ja, gut. So, gucken wir mal. Ich glaube, das reicht. Dann brennen wir uns eben noch das Buch. War doch so, ne? Ach, das ist... Das war doch das Brennensymbol, oder nicht? Hä? Ach, das war das Crafting-Symbol. Okay. Oh, Junge. So. Jetzt haben wir nämlich hier den Craft-Guide auch mal für unterwegs. Für den Fall, dass ich das Rezept vergessen sollte. So, das kommt hier mit dazu. So, der Eimer. Der Kram. Komm hier in die Mücke. Ne, 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 ne. Wir haben doch eine Öko-Kram-Kiste. So. Fackeln, den Cobblestone brauchen wir auch nicht. Die Kohle, ja, wie gesagt, die finden wir dann schon. Machen wir uns trotzdem mal... Na gut, Fackeln haben wir noch. 69. Nice! Komm, die machen wir eben noch kurz zu Fackeln. Die Sticks kommen da hin. Ja, wie gesagt, betrachten, dann machen wir uns dann hier irgendwie Zeug. Gucken wir mal. Das ist hier oben, ist immer ein Star. Guck mal, da ist noch Lücke, ne? Hier ist noch Lücke. So geht das nicht. So geht das nicht. Na gut, so geht das auch nicht. Na gut, dann lassen wir das hier erstmal so, wie es ist. Ja, wir lassen das so, wie es ist. Das ist egal. Das hier wächst ja auch nicht gleichmäßig. Das passt schon. Und dann gehen wir nach langer, langer Zeit mal wieder in unsere schöne Höhle. Hier gleich schon mal ein bisschen Kohle zum Abstauben. So. Attacke! 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 Jetzt beginnt die Folge endlich. Wir sind immer hier längs gegangen, ne? Das machen wir diesmal auch wieder. Dann gucken wir mal, was denn hier so abgeht hier unten. Yay! Abwärts, abwärts. Ja, unsere schöne Kaktusrüstung, die läuft noch. Yay! Das ist ja alle schon ausgeleuchtet, also hier ist sowieso nichts gefährliches mehr. Und wir wollen ja eh mal ein bisschen tiefer gehen. Das wollen wir mal ein bisschen gucken, was hier unten noch so abgeht. Da ist Wasser. Yay! Aua! Jo, hat's jetzt natürlich. Wir kamen da irgendwo in eine große Höhle, oder? Wo sind wir denn jetzt hier? Bööö, minus 240. Oh, hier war ich schon mal, ne? Ja, nice. Da geht's. Hier hab ich auch schon mal irgendwas abgeholt. Boom, 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 boom. Meine Güte, was hab ich hier, einen komischen Weg gebaut. Das ist ja unglaublich. Ach, da war Eisen. Da, da, hier. Guck mal, hier, Eisen übersehen. Ist da noch mehr Eisen? Ja, da ist noch mehr Eisen. Hier, meine Güte, jetzt geht's aber los hier. Oh, da, da geht's. Oh, guck mal hier. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Das ist schon eine Weile her, ne? Aber schön, ja. Wir brauchen random Material. Also ich sammle einfach mal ein, was ich alles so auf die Schnelle irgendwie mitnehmen kann. Wir brauchen sowieso eine ganze Menge verschiedenes Zeug. Hier geht's weiter runter. Ne, hier geht's nicht weiter runter. Doch, hier geht's, natürlich geht's hier weiter runter. Aber hallo. Hier geht sowas von weiter runter. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern, wann wir diesen, au, wann wir diesen Gang hier gebaut haben. Ich hoffe nur, dass wir da tatsächlich irgendwo in eine große Hölle gekommen sind. Und da das noch relativ viel generiert ist vom alten Weltgenerator, es sollte auch von den Materialien her gut irgendwie was dabei sein. Ist da eine Höhle? Das sah so richtig dunkel aus gerade. Boi, oi, oi. Wann waren wir hier und warum? Oh Gott. Ah, ich weiß es echt nicht mehr. Meine Güte. Waren wir hier dann durch oder was? Ne, hier hinten. Hier geht's weiter, oder? Hier geht's weiter. Eisenpopeisen. Also diese Anordnung hier, die gefällt mir irgendwie noch nicht so richtig. Hier müssen wir die Fackeln, das brauchen wir eh nicht. Mir fällt übrigens auf, ich hab kein Schwert. Brauchen wir zum Glück nicht so oft. Ich hab auch irgendwie das Gefühl, die Spawnrate von den Mobs, die ist massiv runtergeschraubt aus irgendwelchen Gründen. Ist das so Standard-Einstellung? Ich update hier einfach immer, ohne groß nachzugucken, was denn da jetzt tatsächlich im Detail geändert wurde. Das heißt, es ist wahrscheinlich tatsächlich irgendwie runtergesetzt worden ein bisschen. Oder es ist hier einfach so gut ausgeleuchtet, dass hier einfach nichts spawnt. Das kann natürlich auch sein. Und weiter geht's abwärts hier. Habe ich das alles gebaut? Habe ich das vor allem mal irgendwie, äh, on-screen gebaut? Oder im Zeitraffer? Ach komm, und hier haben wir aufgehört. Haaa. Dann würde ich sagen, machen wir doch hier einfach weiter. Da ist die hinüber, die Hacke. Ich hoffe nur, dass wir hier irgendwann eine Höhle finden. Das war das Zinn. Dann wollen wir mal hier Silber. Zinn. Kupfer. Eisen. Na, schauen wir mal. Oh, das war mutig. Aua. Das ist echt irgendwie, äh... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist tatsächlich... Oh, Gold. Ist tatsächlich... In irgendeiner Version oder in irgendeiner Änderung ist das doch mal angepasst dort, dass es hier irgendwie dunkler ist, oder? Ich habe das neulich beim Testen auch schon mal gemerkt. Dann dachte ich mir, gut, okay, ist eine Höhle. Ich will eh nur was ausprobieren. Ich schraube mal eben das Gamma hoch. Es war aber trotzdem alles schwarz. Also es scheint tatsächlich irgendwas anders zu sein. Oder vielleicht ist es auch eine Treibergeschichte irgendwie. Aber Höhlen sind entweder absichtlich oder zufällig einfach dunkler inzwischen. Was jetzt nicht das Schlimmste ist, aber... Joa. Wir nehmen es einfach mal so hin. Ich hoffe nur, dass wir irgendwann auf eine Höhle stoßen. Weil wir müssen zwangsweise irgendwann auf eine Höhle stoßen, weil, ähm... Riesige Höhlen werden generiert und die werden so groß sein, dass ich hier mit einem stumpfen Runtergraben irgendwann automatisch auf eine stoßen werde. Die Frage ist halt, wann. Ach ja, und die, äh... Erzdichte nimmt irgendwie zu. Das ist auch gut. Nicht, dass mir gleich eher die Fackeln ausgehen, als irgendwas anderes. Mini-Map würde natürlich auch gehen, aber ich glaube, die ist aus, ne? Wo ist denn die überhaupt? Map? Ist nicht so dramatisch. Wir sind bisher auch so ausgekommen, wir werden auch weiterhin so auskommen. Das ist ja Kohle ohne Ende. Wir werden auch weiterhin so auskommen. Ich glaube, für Grinder brauchen wir das hier auch, ne? Wir nehmen einfach mal ein bisschen was davon mit. Das ist ja irgendwie ein Zeichen dafür, dass wir langsam irgendwie auf eine Höhle stoßen, oder? War das nicht so? War das nicht so? Ach, eh, 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 eh. Es ist definitiv dunkler geworden. Oder das ist einfach immer noch irgendwie eine Monitoreinstellungsgeschichte. Das kann natürlich auch sein. Gut, hier ist auf jeden Fall Hülle. Das heißt, ich glaube mal, jetzt haben wir alles irgendwie, was wir brauchen, genau. Und irgendeiner zischelt hier mir schon wieder ins Ohr. Hau ab. Hau ab, habe ich gesagt. Hau ab, habe ich gesagt. Hau ab. So, der hat längeren Atem, du oder ich? Ich glaube ja fast du, ne? So. Äh. Ja. Also, Monster spawnen nach wie vor. Sehr gut. Und wenn hier erstmal alles ausgeleuchtet ist, sollten sie es auch nicht mehr tun. Das ist bei mir so dunkel, das hat natürlich für euch den Vorteil, ich muss überall Fackeln setzen. Und das heißt, ihr könnt immerhin dann schon mal alles sehen. Ist ja doch sonst immer ein bisschen dunkler. Oder aber das scheint hier dann da irgendwo runter zu gehen. Gucken wir mal, wie es hier weiter geht. Also, ab hier ist für mich wirklich komplett schwarz. Na gut, für euch auch. Da habe ich doch irgendwas glänzend sehen. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwie entweder einfach nur ein sehr, sehr steiler, tiefer Schacht. Oder es geht da tatsächlich in eine große Höhle. Was ja Ziel dieser Höhlen-Tour ist. Wir wollen ja... Rums. Wir wollen ja Material finden. Das heißt, hier ist Material. Hier ist Material, hier ist Material. Gold innen wir auch mit. Mit Tril ist auch immer gern genommen. Und dann können wir uns vielleicht irgendwann eine Mitril-Rüstung machen. Weil die Kaktus-Rüstung natürlich schon schöner ist, ne? Oh gut, wir nehmen hier erstmal mit. Kupfer und Eisen. Kupfer brauchen wir für die Kabel ja eine ganze Menge. Eisen brauchen wir sowieso immer für alles Mögliche. Und dann schauen wir mal, wo es denn... Silber... Schauen wir nochmal, wo uns dieser Schacht hier hinführt. Und gleich ein Dungeon-Master, der uns mit zwei Schlägen weghaut. Ich sehe das schon kommen. Ich sehe das schon kommen. Hallo, Miso-Monster. Ja, ja, du lockst uns da hin und dann ist da ein Abgrund, ne? Ne. Ab jetzt. Ab jetzt. Was mir aber auffällt irgendwie... Ihr seht das wahrscheinlich auch, diese ganzen kleinen Krümelpünktchen, die da kommen. Wurde das nicht mal angepasst, dass das nicht mehr passiert? Mir war so, dass das mal gemacht wurde. Ja, komm, das mit Tril oben, das ist jetzt auch egal. Ich höre dich, ich sehe dich aber nicht. Ach, ja, ich... Was ist das mit diesen komischen Punkten? Das nervt. Naja. Oha. Ach, da oben stehst du. Joa, da stehst du gut. Das ist so, bei nicht ausgeleuchten Höhlen ist es immer runterbauen, doch nochmal ein bisschen dramatischer, als irgendwie, wenn die schon komplett ausgeleuchtet ist. Vor allem wüsste ich wahrscheinlich nicht mal, wie wir hier hinkommen. Aber scheint ja keine Höhle zu sein, scheint tatsächlich irgendwie so ein Abgrundschacht nach unten zu sein. Der dann vielleicht hoffentlich in eine... Hau ab, hau ab, habe ich gesagt. So. Der dann tatsächlich irgendwie in eine Höhle münden könnte, ne? Na? Joa, ne? Kann man anbieten. Äh, drauf. Gold nehmen wir natürlich mit. Auch wenn wir Gold wohl am wenigsten von allen Materialien irgendwie brauchen, aber dann haben wir es zumindest. Oha. Kuhle, 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 Kuhle. Kratzi, kratzi. So. Komisch, diese, diese, diese... Hä? Hä? Ich war der Meinung, das war gefixt? naja kann man nix machen ist halt so wie es ist schlägt sich noch einfach irgendwelche Einstellungen versaut das kann natürlich auch sein es geht runter würde ich sagen aber wir haben immer noch kein Mese gefunden was haben wir denn guck mal minus 700 wann kommt denn Mese wann kommt Mese wir brauchen doch Mese wir brauchen doch Mese 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 siehst du das ist das was ich meine und nun nur TNT ja läuft no 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 no